Brechen wir die Tür halt auf. Das fand ich jetzt interessant. Hat sie also draußen gehört. Okay, lassen wir erstmal kurz offen. Gehen dann mal schnell weg. Versuchen sie mal hier. Hier was finden. Was haben wir da eigentlich für eine Karte gefunden? Hier, die hier. Zugangskarte für die beiden Lieferantenseingänge der Villa. Ach ja, guck mal an. Die Lieferantenkarte. Da können wir sie also einsetzen. So, und wenn ich weiß wo der Schlüssel ist, dann wird das auch einfacher gehen. Hallo. So. Hier haben wir auf jeden Fall unser Pickup. Eine Pistole. Unser Dietrich. Achso. Pistole können wir da aufheben. Ich weiß nicht wo der Schlüssel hierzu ist, aber wir kommen hier auf jeden Fall auch so rein. Explosiver Golfball. Du willst mich doch rollen. Das ist ja mal über. Küchenmesser haben wir auch zum Werfen. Aber hier wird es ja eh nicht so sein wie in Absolution, wo man einfach mit dem Messer alle killen kann. Zack. Wams. Zack. Wams. Zack. Wams. So, und ich nehme mal an, hier geht es in die Villa. Nein, auf die Dächer. Vorne liegt nur etwas Ziegelstein oder Ziegel. So, wir sind hier auf jeden Fall nicht befugt zu sein. Hier sind wir allerdings wieder befugt zu sein. Wir hätten auch die Karte nehmen können, wir haben sie ja gefunden. Ich frage mich aber trotzdem, wo der Schlüssel an dieser Stelle versteckt wäre. Hier war ein totes Rot unter dem Motorrad. Ah, gut. Das muss ich sagen, dass die Schmerzen funktioniert. Es ist so ein bisschen wie möglich. Die Schmerzen haben die Zeit, um sie zu multiplizieren. Aber ich muss mich auf die Karte nehmen. Und auch die Schmerzen. Okay. Der war nicht lustig. Jedenfalls sowas in der Richtung. Dass wir da halt Gegenstände benutzen müssten. Darf ich hier eigentlich rein? Nur mal so als Interessenfrage. Darf hier zumindest irgendwie sein? Okay, hier darf ich wirklich generell rein. Ganz easy. Okay, also ein Glück. Wir haben auch... Okay, Weingläser. Sehr gut. Die Italien wundert mich jetzt weniger, dass es hier ums Trinken geht. So, da haben wir jetzt hier Nummer eins. Die Frage ist nur, wie töten wir jetzt hier Nummer eins, ohne bemerkt zu werden? Steht der? Dahinter. Normalerweise erkennt er uns ja. Das ist nicht so schön. Da ist eine neue Gelegenheit. Die möchte ich aber auch nicht benutzen. Soundsystem einschalten, dann könnten wir ihn ablenken. Glas Champagner vergiften. TV-Gerät ausschalten. TV-Gerät ausschalten. Eine romantische Nachricht, die wir uns einverleiben können. Ich versuche mal etwas. Okay. Zu langsam auf jeden Fall. Okay. Hier wäre nämlich ein Schrank gewesen. Explosiver Golfball ist immer noch Hammer. Also, der Herr wird wahrscheinlich Golf spielen und da können wir es dann platzieren. Dann wäre er schon mal auf jeden Fall erledigt. Aber wir haben ja mehrere Aufträge. Wir haben ja gleich drei auf einmal. So, da hatten wir wieder was zum Fallen lassen. Das ist auch immer sehr beliebt. Kaffee zum Vergiften? Nein. Beutel Schwarzpul... Anwesend Generalschlüssel. Was haben wir mit dem Beutel Schwarzpulver? Ich bin jetzt gerade ein wenig perplex an dieser Stelle. Ich frage mich ebenso, wie wir dieses Gerät hier fallen lassen können. Da ist etwas draußen. Das verwundert mich ein wenig. Hier ist ein Schacht? Ach, das ist ein richtiger Kamin. Da kann man noch richtig hoch und runter. Das ist Silvio Caruso. Also, wir haben was zum Schießen und zum Werfen. Ich weiß nicht. Wir können ja einfach mal ausprobieren, den Golfball zu werfen. So, das Spiel speichern an der Stelle gleich mal. Auf jeden Fall hier ganz hinten. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das hat funktioniert? Nächster? Francesca DeSantis. Okay, ich muss mich einmal von oben ein wenig vertreten. Ich glaube, du bist gut, Produkst! Oh Gott, deine Leute! Ich warte mal aus. Auf jeden Fall, du bist gut, man? In der Stelle zu gehen! Du bist gut, dann weiter zuvor. Sorgen! So, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Das Problem ist, wir müssen dazu ein Teil des Laborteams werden. Genau deswegen. Wir haben die Karte nicht. Wir können die Tür auch nicht aufbrechen. Ja, wir müssen Teil des Laborteams werden. Anders kommen wir hier nicht voran. Das wird schwierig. Denn ich nehme sehr stark an, dass die Leute aus dem Labor sich hier nirgendwo rumtreiben. An der Oberfläche, sage ich jetzt mal ganz blöd. Wir müssen also einen effektiven, vernünftigen Weg nach drinnen und unten finden. Ich glaube, durch das Hauptgebäude zu gehen, ist an der Stelle eine sehr gute Wahl. Das sieht nach Wäschekeller aus. Vielleicht finden wir eine Verkleidung. Reinigungskraft? Nein, Reinigungskraft ist schlecht. Das möchte ich nicht. Wollte der Prinsip gehen? Aber auch nach unten. Ach ne, die führt nach unten und dann nach oben. So, hier führt es wahrscheinlich dann nach unten. Das ist ja auch cool. Kommen wir einfach da. So kommen wir hier also auch rein. Auf jeden Fall sehr gut zu wissen. So, wie kommen wir jetzt aber wieder? Ah, das Ziel bewegt sich. So, wartet. Explosiver Golfball einfach geworfen. Bäm! Das ist geil. Wirklich irgendwie sehr strange, der Kill. Noch weiter über uns mittlerweile. Dann gehen wir mal auf der Suche nach dem... Ach, er da oben. Ich habe mich schon gefragt, was mich hier erkennt. Okay, dann haben wir jetzt ein kleines Problem an der Stelle, weil hier oben laufen sehr viele Leute rum, die uns erkennen können. Das missfällt mir stark, ey, ich hasse dich, Junge. Das ist gar nicht meine Meinung. Gut. Wir werden mal was anderes machen, ich guck mal an der Stelle auf die Karte. Da hinten gibt es, ne, Treppe nach unten, Treppe nach unten, Treppe nach oben. Aber sehr weit weg vom Ziel. Muss nichts Schlechtes sein, muss ich mal kurz anmerken. So mal, auf welcher Ebene ist sie? Mein Gott, ist sie hoch. Das Problem ist, wir müssen dann hier hoch. Also hier hoch, hier hoch. Ansonsten kommen wir nicht zu ihr. Also, wir haben neun Münzen. Lenken wir unserem Brudi doch mal da ab. Falls er uns überhaupt sieht. Oh Gott, war das knapp. Ich hatte gerade ganz kurz Angst, dass ihr uns auch erkennt. So, wir dürfen uns hier frei bewegen. Also, relativ frei, sag ich mal. Leute, hier sind sehr aggressiv. Da ist sie. Wir müssen schnell nach unten. Das Problem ist... Oh Gott, jetzt läuft der Brudi da wieder rum. Ich kann ihn nicht leiden. Ich kann ihn jetzt schon nicht leiden. Ist alles okay? Jo. Okay. Findet sich nun über uns. Sie hat auch wahrscheinlich Leibwachen dabei. Ja, hat sie. So, haben wir für sie auch noch etwas in petto. Nur Wurfmesser und das mit dem Beute Schwarzpulver. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mit dem Beute Schwarzpulver machen sollen. Können. Dummerweise haben wir keine Mine mitgenommen. Das war ein kleiner Fehler an der Stelle. Hätte ich wirklich machen sollen. Wasserflasche. Ja, sehr schön. So. Wir sollten uns, äh, mein gutes Versteck suchen. Ah, ich hab's. Okay, so. So. Da war das Wasser? Wirklich? Ich hab's Wasser gar nicht gesehen. Jeez. Okay, dann starten wir mal den Punkt. So. Zack, da bin ich auch wieder. Okay, ich, ganz ehrlich, ich hab, ups, oder? Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir da das Wasser echt treffen könnten. Aber wenn der Kerl jetzt gerade da ist, dann haben wir gerade eine Pull-Position. Ich geh mal schnell hier einfach nach oben. So. Hier durch. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Der Herr ist ja tot. So, nach links? Nein. Nach rechts. Nach draußen. Nach links. Hier nach oben. Und leider warten. Das ist Francesca DeSantis. Verdammt.